Der Ball ist ja ganz intakt auf die Welt gekommen. Von einem Tag auf den anderen, stockblind. Kompliment, ein superieures Talent. Ich bediene mich eines magnetischen Fluidums, das alle belebten und unbelebten Körper durchdringt. Am Klavier befülle ich mich wie ein General. Sonst bin ich ja nicht so viel in der Lage. Das ist die Farbe Weiß. Siehst du uns? Kann es sein, dass Ihre Majestät ein Interesse an diesem Fall zeigen könnte? Das war ja ganz erbärmlich. Man muss sich direkt schämen. Ich möchte niemand sein, der nix kann und nix ist. Er hat was geträumt. Ich sehe jetzt manchmal auch beim Träumen. Ich sehe jetzt noch gar nicht so viel. Ich sehe jetzt ein Vie Untertitelung des ZDF, 2020